Petra, du bist die Topscorerin aller Topscorer sozusagen heute Abend zur Topscorerin des Abends gewählt worden. Hast du damit gerechnet? Eigentlich nicht. Ich habe nur mitgekriegt, dass man irgendwie könnte abstimmen und es hat mich gefreut, dass ich das auch nachher gewonnen habe. Wird jetzt noch gefeiert heute? Es ist Montagabend, da kann man nicht so lange feiern. Oder wie sieht das bei dir aus jetzt? Ich glaube, es wird ganz ruhig. Wir geniessen jetzt da den Abend und nachher fahren wir einfach nach Hause. Wobei Schweden, das sagt man, so sagt das Klischee jedenfalls, sind ja bekannt, um wilde und exzessive Partys zu feiern. Das ist schon so, ja. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen angepasst. Es ist ein bisschen mehr langweilig jetzt. Was denkst du? Warum haben die Leute gewählt für dich? Ich denke, sie lieben die Weise, wie ich hier in Schwesterland und auch in der nationalen Team. Ich habe viele Fans da draußen und ich denke, es ist wirklich, wirklich lustig. Du arbeitest hart auf der Topscorer, bist du auch ein Topscorer in deinem Privatleben, wie alles unter Kontrolle? Ja, aber ich habe eine Frau und ein Kind und sie helfen mir natürlich. Wenn sie nicht helfen können, dann kann ich das nicht auf dem Feld machen. Sie helfen mir natürlich viel. Bitte sagst mir einen Topscorer, wie ein Topscorer wird, wie du? Was muss ich machen? Für mich, wenn ich einen Topscorer sehe, dann nehme ich es. Ich liebe das Sport und ich weiß, was es braucht, um es zu trainieren. Ich liebe es immer. Ich weiß es nicht genau, ich habe eine gute Antwort.